moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge macwarrior 5 clans wir haben ungelesen notifications verdammt also ganz viel research fertig sehr gut freut mich doch zu sehen könnte eigentlich mal gucken von noch irgendwann mal hinterher jagen schnell available research 16 prozent weniger armor damage klingt auf jeden fall nice kommt allerdings jetzt auch sehr spät aber egal lassen einfach mal so durchlaufen ecm effects nehmen wir auch mit und ecm range nehmen wir mit das war erstmal bei dem so wie es jetzt ist und dann stürzen uns doch direkt in die nächste mission security protocols oder air superiority nehmen wir die mit etwas weniger tonnage nehmen wir die security protocols die patrol mission die flore ist die flore ist ich habe durch kommstarrer technische maps des edel und referenziert es gegen die die orbital durch die region ich habe ein verbauchte in in unoccupiert es es die 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 Sie wurden in eine bestimmte Bereich transportiert. Stockpilen die größte Assetzen, vielleicht die größte ihrer Feuerwehr. Ich... Oder vielleicht ein Trick in order to lure uns in ihre Killing Grounds. Aber wenn das so ist, haben sie den falschen Käse genommen. Star Commander Jaden, ich aktiviere dich, um herauszufinden, was die Surratt waren. Sehr gut, Galaxy Commander. Ihr Target-Path wurde plodiert. You will investigate the AO and find where they cashed these assets. Find out if they are still there. I will direct you as needed. Move fast and move smart. We will fulfill our duty, Galaxy Commander. Good. I will not entertain mistakes. Ja. Auf geht's. Gleich ist das, gleich das da wie beim letzten Mal. Ich habe ziemlich gut funktioniert. Einfach uns überlegen können, vielleicht die Large-Pulse ist, gegen zwei weitere Medium-Pulse auszutauschen. Dann könnten wir mehr LAM-Armor mitnehmen. Wir könnten Armor-Upgrades machen. Wir sind zwei Sekunden auszutauschen, Kobold. Jeder bereit ist? Ich bin immer bereit, um die Freiburgs zu entfernen. Als wir uns überlegen, unsere Ehre. Alles sieht gut aus hier, Star Commander. Ich habe ein peek auf die Schäden vorhin. Und wie hast du die Zugang bekommen? Oh, da kommt's da. Ich bin immer bereit, um die Schäden vorhin zu entfernen. Ich weiß nicht, dass wir uns gegen die Guerrilla-Attacken haben. Außerdem, diese sind militärische Assekte. Sie sind ein faires Spiel. Ich habe nur Angst, dass, wenn wir diesen Planeten haben, dass wir gar nicht mehr davon haben, dass wir uns auszupfen. Galaxie-Kommander Pérez hat einen Plan für das. Das ist nicht für uns, dass wir uns zu beschäftigen. Sky-Mode, verabschiedet. guckt halt aktiv so dass man halt so ein bisschen in eine falsche Richtung gelockt wird nein ich habe mich an Lockfall 1 die 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 der die 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 Destroy one, the door opens. At least, I think so. Let us see if you are right this time. When have I ever let you down? Sky mode engaged. Sky mode engaged. Van Damme die auch noch kaputt. Zack. da haben wir drei möglichkeiten gehen wir natürlich in nummer eins so 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 das werden wir vielleicht gebrauchen können Flamer es gibt nur keine Arme mehr? alter Schöner die beiden hier sehen auch schon wieder kackt aus ich weiß wo wir die anderen Teile finden können ok da darf man nicht durchlaufen ich hing fest zack und ihr auch noch? da gibt es nichts weiter zum salvagen oder so haben wir ja nicht ne? ja 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 da war ich zu nah an der Explosion das war nicht so gut ja 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 das sah nicht viel aus aber macht böse Aue in der Zeit sehr gut das wird nicht gefährlich würden weil du hast nur noch lms und lms haben halt eine minimum range wenn ich vor dir steht kannst du leider gar nichts mehr machen sondern immer zaubern weil keine arme schlecht für dich gut für mich 23 und die fünf auch noch wie kann ich euch denn hier rein schicken du bleibst mal eben hier draußen und alle drauf ffff ist auch weg gut nicht in die fusion explosion rennen schlechte idee so Liam Out of ammo, komisch, mich auch Liam bleibt mal hier erstmal zumindest und dann schauen wir gleich mal weiter wir müssen das ganze schnell wenn du nicht überwältst Das war's für heute. Okay, dann habe ich noch Hier geht vor Oh shit, jetzt zu viele New Target Destroyed New Target Ah, sehr gut Wo ist halt der Bewaffnung weg? Alle zu mir Jetzt schauen wir doch mal, was es hier jetzt gibt So richtig Lust habe ich nicht da rein zu gucken Hmm Sky Mode engaged Security Ah, guck mal Nein, alle hier geblieben Der Omi kann da hingehen Liam bleibt Und schön weiter hinten Und so geht es mal fix darüber Ich glaube Ich glaube Mal kurz gucken Blackjack Kobold Ich bin nicht Ich bin so Ich bin so das Du Okay Okay Oh 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 Tactical retreat Was haben wir denn da Was kommt denn da runter Ui Haha Scheiße Ne keine Angst Command Mit dem Atlas und zwei Victor will ich mich nicht anlegen Ganz ehrlich nicht Schuss 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 Jaguar 1 Schuss 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 daneben der und der weg kommt schon er sollte nicht mal auf den pfeil halten we have a ship at the marked evak point get there quickly do not let their reinforcements catch up to you we should stand and fight not run stark we have completed our mission it is not time to get into a scrap for the sake of our prize Sie haben uns noch nicht gesehen. Wir können sie wegnehmen, bevor sie eine reale Dämmung auf dem Schiff geben können. Target. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017